Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ja, heute ist Mittwoch, der x-Tag unserer Pilgerreise, die wahrscheinlich kein Ende mehr nehmen wird, habe ich so das Gefühl, denn es wird immer, immer wilder, immer, immer schöner, immer beeindruckender. Ich konnte mich gestern morgen mal nicht melden, da ich mal 24 Stunden ohne das Mobiltelefon unterwegs war. Ganz schön, aber auch irgendwie komisch, denn das Mobiltelefon verbindet mich ja auch mit euch so ein bisschen und das war so das Gefühl, als wenn ich so ganz alleine unterwegs gewesen wäre. War auch ganz nett, aber das stimmte ja gar nicht, denn ich habe ja auch da wieder total nette Menschen getroffen, wie zum Beispiel hier. Mich hat die zauberhafte Gabi zu sich eingeladen und ja, die Gabi hat mich mit, muss ich sagen, mit nicht ganz fairen Mitteln und zwar mit einer Spaghetti Bolognese hierher gelockt. Und die konnte ich noch nicht mal essen, weil ich gestern für euch, für uns, den absolut irrsten Sonnenuntergang sehen durfte. Es war bewölkt gestern, das fand ich ganz schön. Dadurch konnte ich auch so irre viel wandern. Ich bin praktisch von Santa Ines bis hierher bis zur Cala Conte gestiegen. Also wir sind hier etwas oberhalb der Cala Conte. Das ist also wirklich schon super, super weit im Westen. Haben den ganzen Norden durchwandert und wir hatten das große Glück, gestern den einen Moment zu haben, wo die Wolkendecke aufrisst und das gibt natürlich dann immer so richtig spektakuläre Sonnenuntergänge. Ich hoffe, euch gefallen die Fotos so wie mir. Ja, hinter mir streift hier Nemo rum. Die Katze, warte mal, da ist sie. Nemo. Okay. Nemo ist ganz froh, dass der Rayo noch nicht da ist, weil die kennt ihn ja noch nicht. Und der wird aber heute zu mir stoßen und ich werde hier diese Gelegenheit dieser tollen Basisstation nutzen, um mich in die Terra Terra incognita vorzukämpfen. Denn ab hier kenne ich die Wege auch nicht mehr so gut. Heute geht es auf jeden Fall erst mal zur Sonnenuhr des Cirque du Soleil und dann immer weiter Richtung Cala Tarida an der Küste entlang. Das wird interessant, weil da kenne ich wirklich nicht jeden Weg. Da muss ich mich ein bisschen durchfragen. Aber ich habe Miguel Puch getroffen, den Wanderführer. Der hat zu mir gesagt, ey, Alter, wenn du ein Problem hast, ruf mich an. Ich kenne jeden Weg. Und das finde ich am allerschönsten. Was ich hier merken darf, es geht ja hier ganz viel auch um Vertrauen. Zum Beispiel, die Gabi, die kennt mich gar nicht. Ich war gestern zum Beispiel bei der Vera. Die Vera kennt mich auch nicht. Und die hat mich einfach so zu sich eingeladen, hat gesagt, komm, also wenn du Lust hast, wenn du in der Nähe bist, San Antonio, du kannst dann bei uns schlafen. Und das war total lieb. Sie hat sich dann auch Unterstützung mitgebracht, als sie mich abgeholt hat. Denn sie wusste ja nicht, ob ich vielleicht ein Serienmörder bin. Deswegen kamen die zu zweit. Das wäre dann praktisch gleich der Beginn einer Serie gewesen. Wir waren ja zu zweit. Aber es war Beginn eines wunderschönen Abends mit ganz liebevollen, tollen Geschichten über die letzten 40 Jahre dieser Insel. Und ja, die behalte ich aber ganz, für mich. Denn es war so liebevoll und privat, dass ich finde, das bleibt auch liebevoll und privat. Aber es war großartig. Hat mir wieder gezeigt, wie schön das ist, wenn die Menschen mit offenen Herzen einander vertrauen und dann dadurch praktisch ins Unbekannte so ihr Herz öffnen. Das ist wow. Das ist wirklich bewegend. Bewegend genauso wie die Natur. So jetzt habe ich aber glaube ich wieder viel gequatscht. Das Geile ist nämlich, ich bin ja nicht nur von der Straße geholt worden. Ich konnte jetzt auch mal meinen Speicher leeren. Das war auch notwendig. Und dadurch kann ich euch jetzt so eine gigantisch langen Videobotschaften senden und ganz viele Fotos wieder. Und darum geht es jetzt auch weiter. Ich wünsche euch einen herrlichen Tag. Genießt den Tag. Ja, das mit dem Vertrauen ist wirklich eine tolle Sache. Und ja, schaut euch die Fotos an. Und morgen gibt es wieder eine Videobotschaft von einem spacigen Ort. Ganz, ganz tollen Tag euch. Macht's gut.